Hallo liebe Leute, Dr. Dexter hier mit einem Betrayal Guide. Ich merke nämlich, dass fragen schon relativ viele Leute immer wieder nach, wie ich meinen Betrayal mache und wie ich damit farme, weil im Moment ist das schon eine sehr gute Methode, um seine Items zu erstellen. Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann, aber ein Hauptkonzept, über das ich heute reden möchte, ist, wie ich das Syndikat aufbaue. Naja, wie man das quasi farmt. Also die erste Methode ist natürlich, welche Master brauche ich in welcher Position. Das ist das eine. Da könnt ihr verschiedene Tabellen anschauen, also vielleicht nur ganz kurz dazu. Also das Allerwichtigste ist Acelink, muss in Research hier rein, auf Stufe 3. Und wenn ihr dann den Mastermind lauft, dann könnt ihr einen T1 Acelink-Mod auf den Gegenstand drauf machen, indem ihr etwas ernullt davon, das ist dann Lack-basiert, und dann eben diesen Acelink draufheck sollte. Und damit könnt ihr sehr, sehr gute Ringe, Amulette, also die besten Ringe und Amulette werden so hergestellt, aber auch auf zum Beispiel Gürtel ist das sehr praktisch und das werde ich gleich versuchen mit meinem Gürtel, den ich hier halt habe. So, aber worüber ich reden wollte, ist der Zustand, wie ihr hier seht, ist das ideale Mastermind-Gelaufe. Und zwar müsst ihr diesen Zustand erstmal erreichen, bevor ihr den Mastermind lauft. Und zwar wichtig ist, dass ihr die anderen Savehäuser auch schon aufgefüllt habt. Weil wenn ihr Mastermind jetzt lauft, dann wird ihr alles resettet. Und dann würdet ihr rein theoretisch ja anfangen, die Master in die richtigen Positionen zu bekommen. Aber die Mastermind XP braucht ihr ja auch noch. Das heißt, das ist ja immer zwei Schritte. Erstens die richtigen Master in die richtigen Position bringen, aber auch die Erfahrungspunkte, also hier diese Informationen zum Boss zu bekommen. Und das geht viel besser, wenn ihr schon aufgefüllt habt davor. Weil wenn ihr Mastermind, wie gesagt, gemacht habt, dann resettet sich das zwar das Board, aber die Erfahrungsstufe dieser Savehäuser, die bleibt. Das heißt, ich laufe jetzt den Mastermind, laufe dann die Erfahrungsstufen, die Savehäuser alle durch. Also brauche ich ja nur noch eine Map vielleicht maximal. Also wenn ihr so bei 90% seid, bräuchte ihr ja meistens nur so 1, 2 Maps noch. Und dann habe ich schon Mastermind komplett wieder aufgefüllt oder ungefähr so auf 80%. Und erst dann kann ich anfangen, die richtigen Master in die richtigen Position zu bringen und wieder auffüllen auf ungefähr 90% für den nächsten Zyklus. Weil so spart ihr eben Zeit, indem ihr eben nicht versucht, die richtigen Master in die richtigen Position zu bringen. Und dann seid ihr ungefähr bei 100% gecappt und könnt nicht mehr weitermachen. Wollt ihr ungern diese Savehose laufen, weil ihr ja schon aufgebaut habt, den richtigen Master in die richtige Position. Aber ihr braucht trotzdem noch Erfahrungspunkte für euren Mastermind. Also werdet ihr quasi abwarten, bis irgendein anderes ungenutztes Savehose, was ihr nicht unbedingt braucht, voll ist. Und verschwendet sehr viel Zeit, indem ihr hier quasi nichts macht. Hier wird einfach alles pausiert. Und ihr lauft so lange, bis ihr halt die XP habt. Also quasi diese zwei Schritte kann man halt miteinander kombinieren, indem ihr, wie gesagt, diesen Trick macht, dieses Port so haben, wie ich das jetzt gerade habe. Also quasi 100% hier, 90% bis 100% die ganzen Savehäuser und die richtigen Master in die richtige Position. Und das müsst ihr einmal aufbauen. Und wenn ihr das einmal aufgebaut habt, dann wird der zweite Zyklus sehr, sehr, sehr viel schneller wieder gehen, um wieder hier hinzukommen. Und dann könnt ihr immer wieder rotieren, rotieren, rotieren. Und ihr könnt dann alle ungefähr, ich weiß nicht, alle 5 bis 10 Missionen einmal in den Mastermind machen mit dem richtigen A-Sling. Also A-Sling in die richtige Position zu bringen, ist halt immer ein bisschen, ja, also die richtige Master in die richtige Position zu bringen, dauert manchmal schwierig, weil es kann ja passieren, dass er rausfliegt. Nur der Chef bleibt ja. Aber weil ihr zweimal in Folge lauft, kann es halt schon passieren, dass A-Sling komplett wegteleportiert wird. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, wie ihr das regelt, aber gut. Okay. Und vielleicht noch doch zuletzt noch, also neben A-Sling, was ich noch sonst noch benutze sehr gerne, ist in erster Linie Tora, wenn man die in Research bringt, also hier ist sie gerade falsch, aber Tora in Research bringt euch sehr viel Erfahrungspunkte auf eure Games, zum Beispiel, wenn ihr ein Empower-Game habt. Das ist halt unglaublich wichtig. Dann kriegt ihr, ja, könnt ihr Empower sehr viel schnell leveln. Danach ist, ähm, habe ich den irgendwo hier? Lianus, Camaria, ich habe gerade den Namen, Guff, genau, so heißt der, habe ich gerade nicht. Aber Guff in Transportation ist super stark, weil er euch da Chaos-Obs gibt. Dann könnt ihr innerhalb von 30 Sekunden Item mit Chaos-Obs versuchen zu craften. Ist auch sehr mächtig, vor allem für Energy-Shield-Items und so geht das recht einfach. Und sonst, ähm, Hillock ist halt sehr gut wegen der Qualität. Hier auf Flaschen, hier auf, ähm, Fortification kriegt hier 30 Qualität, ähm, auf eure Rüstung oder auch Schild zum Beispiel. Und hier die Waffe 30 Qualität, wenn ihr ihn in Fortification bringt. Varici kann euch, ähm, weiße Sockets geben, wenn ihr den auf Research bringt. Das kann auch sehr wichtig sein. Jetzt vor allem, weil wir durch Harvest-Crafting keine Färbung mehr haben, könnt ihr über Varici, ja, weiße Sockets auf eure Ausrüstung bekommen und quasi so färben. Also auch, braucht man nicht immer, aber trotzdem häufiger als man denkt. Ähm, und die letzte Misseur wäre halt, Leo ist auch noch nicht schlecht. Also der, früher war der halt deutlich besser, weil er euch ein Exalted-Top jedes Mal geschenkt hat. Jetzt gibt er euch nur 50. Wenn ihr den als Boss habt, gibt er jetzt 100, ähm, Fusings. Also Leo hier, das sind jetzt 100 Fusings, die hier drin sind. Das ist nicht wenig. Also für Solo-Selford-Verhältnisse, wenn man bedenkt, dass ich hier insgesamt nur zum Beispiel 200 Fusings hab, gerade, der gibt mir einfach mal 100 Fusings, nur wenn ich ihn einmal laufe, mit Bossfight, das ist schon gar nicht mal so bad. Also Leo lohnt sich halt extrem, ihn als Boss zu haben, äh, beim Safehouse. Okay, ja, das war's. Also mir ging's hauptsächlich um diese Priorität, ne? Erst Safehouse aufbauen, alle Safehäuser für 100% und dann erst Lauf. Also, auf drei, bleibt sauber, bis bald. Und dann geht's das gar nicht. bis bald. Die Priorität? Und dann geht's, Vielen Dank.